Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am 18. Mai, Freitagabend um halb neun, der Tag klingt langsam aus, der Sabbat klingt oder läutet sich langsam ein und da habe ich noch mal die Zeit gefunden, mich zusammen mit meinem Bruder Michael aus Deutschland hinzusetzen und sogar Skype zu verbinden, dass wir heute noch mal die nächste Lesung machen aus dem wundervollen Buch von Theodor Griesinger über das Wirken der Jesuiten im Verborgenen sowie im Offenen von der Gründung des Ordens bis heute. Und wie ihr euch erinnert, in der letzten Lesung hatten wir ja aufgehört, wo es also wirklich jetzt anfing heiß zu werden im 30-jährigen Krieg, der von 1618 bis 1648 auf deutschem Boden lief und mehr als 12 Millionen Tote gefordert hat, die deutsche Bevölkerung um mehr als ein Drittel reduziert hat. Etwas, was mir so in der Schule wahrscheinlich euch auch nicht gelehrt wurde und was nur die Vermutung zulässt, dass eben im Geschichtsunterricht man zwar Daten lernen muss und wer hat wann und wo gelebt und regiert, aber was die gemacht haben und welche Hintergründe die ganzen Kriege hatten, die sie geführt haben, die waren da nicht bei. Und wir haben hier im Anlauf ja sehr schön gelernt, dass es um einen Religionskrieg geht, was nicht weiter verwundert, wenn man weiß, dass der Orden der Jesuiten die Miliz der römisch-katholischen Kirche ist. Und eine Miliz ist eben zum Krieg führen da. Bevor ich mit der Lesung gleich weitermache, möchte ich eben meinen Bruder Michael am Telefon begrüßen, der uns heute wieder begleitet in der Lesung, der eine anstrengende Woche hatte, aber ich hoffe, dass er trotzdem noch genug Kraft hat, um die Lesung mit mir hier zu überstehen und was dazu beizutragen. Und ich heiße dich herzlich willkommen, Michael. Es freut mich, dass du die Zeit nehmen konntest, hier bei der Lesung beizuwohnen und uns wieder mit auch deinen Kommentaren versehen kannst bei der Lesung. Also, herzlich willkommen und alles gut? Wie geht's? Ja, hallo Joggler, liebe Joggler und Jogglerinnen, liebe Abonnenten und Bald-Abonnenten. Ich habe noch beide Augen offen und ich freue mich einfach auf die Lesung und dass ich heute wieder eine ganze Menge Geschichtsunterrichtsnachhilfe bekomme. Tja, da freue ich mich auch jedes Mal drauf auf die Geschichtshilfe. Im Grunde hätte man das alles früher in der Schule ja lernen müssen. Aber ja, auf jeden Fall, ich gehe noch mal kurz ein wenig zurück. Wir hatten letztes Mal in der Mitte der Seite 291 aufgehört, hatten dann noch die Fußnote gelesen. Aber ich gehe jetzt noch mal eben zwei Sätze zurück und dann fangen wir wieder etwas vor der Fußnote an. Und das ist halt auf der Seite 291 im PDF-Zähler oder wie ihr auch gedruckt seht hier, Seite 273 in dem Buch. Und da fangen wir dann noch mal an. Ihr Werk war es also, wir sprechen hier natürlich von den Jesuiten, von der Sociedad de Jesus, von der Sozietät Jesu, wie sie sich auch nennen. Ihr Werk war es also, dass der Krieg nicht in seinem ersten Beginne wieder erstickt wurde, denn sie wollten ja einen Vernichtungskampf. Und über den konnten sie denn einen Frieden mit Ländern gestatten, deren rebellische Regierung das Gesetz erließ, dass kein Jesuit sich mehr bei Todesstrafe innerhalb der Grenzen blicken lassen dürfe. Nein. Und wir müssen auch verstehen, das muss ich hier eben zufügen, die Kirche hat ihr Dasein, ihre Daseinsberechtigung, vor allen Dingen dann, wenn sie im Krieg ist. Weil die Kirche im Frieden hat keine Agenda, die vorausläuft. Die Agenda der Kirche wird nur erfüllt und sie bewegt sich nur, wenn Krieg ist. Darum haben wir auf dieser Welt ständig Krieg. Sonst geht die Agenda nicht weiter von der Kirche. Und dafür brauchen sie eben diesen militärischen Orden, der selbst zu der Zeit hier, Anfang des 17. Jahrhunderts, schon auf einigen Plätzen ja rausgeschmissen wurde und das in der Zukunft noch erfahren wird. Und wir lernen hier jetzt, wie die Jesuiten natürlich hinter diesen, die die Fäden ziehen, hinter dem ersten, wie wir heute wissen, 30-jährigen Krieg. Das wusste Theodor Griesinger damals nicht, dass es später nochmal einen zweiten 30-jährigen Krieg gibt. Nämlich den von 1914 bis 1945. Aber wir lesen hier weiter. So taten nämlich außer Böhmen auch die Ungarn, die Mähren, die Schlesier, die Ober- und Niederösterreicher und sie taten es zugleich mit einer öffentlichen Ansprache an die Welt, welche, weil dieselbe alle schlimmen Eigenschaften und Handlungen des Ordens Jesu schonungslos aufdeckte, die Jesuiten im höchsten Grade erbittern musste. In der Fußnote lesen wir dann, dass es in dieser Ansprache unter anderem heißt, Zitat, Wir haben gefunden, und hört gut zu, das ist sehr, sehr wichtig, darum lese ich es doch nochmal vor. Wir haben gefunden, dass die Urheber all dieses Unheils obgedachte Jesuiten seien, die sich allein dahin verwenden, wie sie den römischen Stuhl befestigen und alle Königreiche und Länder unter ihre Macht und Gewalt bringen mögen. Zu solchem Zwecke aber bedienen sie sich der unerlaubten Mittel. Sie hetzen die Obrigkeiten gegen die Untertanen und sie hetzen die Untertanen gegen die Obrigkeiten auf. Sie bewaffnen Freunde gegen Freunde und stiften überall Zwietracht, Aufruhr und Empörung. Sie maßen sich allenthalben das politische Regiment an und führten die Lehre ein, dass man denjenigen, so nicht katholische Religionen sind, weder treu noch glauben schuldig wäre und so weiter und so weiter. Ende Zitat. Ein ganz, ganz wichtiges Zitat, was man nicht nur gut verstehen muss im Zusammenhang der damaligen Zeit, sondern was man auch im Zusammenhang unserer heutigen Zeit verstehen muss. Denn wenn wir nicht lernen, dass die Jesuiten sich genau wie die römisch-katholische Kirche niemals ändert, Semper e Adem, immer dieselbe ist, dann verstehen wir nicht, warum sie heute das machen können, was sie damals gemacht haben können. Sie machen es mit denselben Mitteln. Die Jesuiten durchdringen alle Regierungen. Das haben sie damals gemacht und das tun sie heute auch. Heute wird kein Mensch Bundeskanzler, Präsident, König oder was auch immer, der nicht den Segen des Papstes hat. Deswegen gehen diese Staatsoberhäupter auch alle zum Papst hin und küssen ihm die Füße oder den Ring, wie auch immer. Vielleicht in Wirklichkeit den Ring, aber symbolisch küssen sie ihm die Füße, um nicht noch andere Körperteile zu nennen. Nun, nach der Fußnote fahren wir fort. Allein, wenn nun auch Ferdinand II. sich entschloss, den Krieg fortzusetzen, konnte er ihn denn fortsetzen? Er hat sich vielleicht dazu entschlossen, aber konnte er es? Hatte er die Mittel dazu? Alle seine Kassen waren ja aufs Tiefste erschöpft und seine Armee bestand höchstens noch auf 12.000 Mann, welche gegen einen vierfach überlegenen Feind nicht standhalten konnte. Die Unterstützung von auswärts aber, welche ihm Philipp III. von Spanien zugesagt hatte, wurde nur spärlich geleistet und wollte nicht viel besagen. Doch auch für diese grote Not wussten die Söhne Loyolas einen Ausweg, und zwar bestand derselbe darin, dass sie die Höfe Maximilians I. von Bayern für ihren habsburgischen Schützling gewann. Das Haus Mittelsbach stand sonst in keinem besonders freundschaftlichen Verhältnissen zu Österreich, denn es war ihm von den Habsburgern, seit diese den deutschen Kaisertron inne hatten, gar manche schwere Unbill zugefügt worden. Und namentlich hatten sich auch die Herzoge von Bayern über den großen, an der Hinterlassenschaft Herzog Georgs des Reichen von Landshut anno 1505 begangenen Raub zu beklagen. Über dem durfte sich Ferdinand II. keineswegs das Zeugnis geben, bislang gegen seinen Jugendgenossen Maximilian wie ein wirklich lieber Freund oder auch nur wie ein ehrlicher Mann gehandelt zu haben, sondern hatte vielmehr aus Eifersucht auf alle Art gegen ihn intrigiert, um ihn zu veranlassen, die Hauptmannschaft der Liga aufzugeben, und auch sonst war noch manches vorgefallen, was den Bayernfürsten notwendig erzürnen musste. Hätte man also nicht meinen wollen, Maximilian werde den jetzigen Augenblick der großen Not des Herrschers von Österreich benutzt haben, um sich Genugtuung für alle die früh erlittenen Widerwärtigkeiten und Ungerechtigkeiten zu verschaffen? Gewiss, so hätte man denken sollen, und die Staatsklugheit gebot dies sogar. Allein die Jesuiten wollten es anders, und diese waren, wie ich schon weiter oben gesagt habe, oder angezeigt habe, am Münchner Hofe allmächtig. So wurde denn dem Herzog von seinem Beichtvater und anderen Mitgliedern des Ordens Jesu unaufhörlich zugesetzt, sich an die Spitze des Kampfes vor Gottes Ehre zu stellen, indem man ihm mit glühenden Farben die Glorie des Glaubenshelden vormalte, und darum wies auch Maximilian den Jugendfreund, als dieser zu Anfang Oktober 1619 hilfeflehend in München erschien, nicht nur nicht ab, sondern sagte ihm im Gegenteil seinen vollen Beistand zu und sogar einen sehr uneigennützigen, wie der am 8. Oktober 1619 abgeschlossene Vertrag beweist. Welche Folgen aber dieses rein bloß durch die Künfte der Jesuiten zustande gebrachte Bündnis zwischen Ferdinand und Maximilian hatte, und wie der Erste nur hierdurch seinen sicheren Untergang in einen Sieg zu verwandeln imstande war, das lernen wir aus der Geschichte des Dreißigjährigen Krieges, auf welche ich den Leser hiermit verweise. Also, wir lernen hier, dass uns der Theodor Griesinger dazu ansetzt, was ich, Jörg, auch immer sage, und ich probiere, jeden dazu anzusetzen, seine eigenen Nachforschungen anzustellen. Und es ist nicht genug, da mal eben den Volksbrockhaus aufzuschlagen, oder irgendeine andere Enzyklopädie aus dem 20. oder sogar 21. Jahrhundert. Man muss sich da mit anderer Quellen bedienen, um die Wahrheit um und hinter dem Dreißigjährigen Krieg wirklich erfahren zu können. Und das erfordert ein wenig eigene Studie. Nur ich denke, dass die Lesung, wie wir sie bis jetzt soweit gemacht haben in diesem Buch, euch doch schon ziemlich genau die Augen geöffnet hat, in Hinsicht auf welche Hintergründe nicht nur der Dreißigjährige Krieg, sondern im Grunde alle Kriege in der Zeit oder seit der Zeit der Jesuiten hatten. Es waren alles Kreuzzüge, Glaubenskriege, Religionskriege, das, wovon niemand in den Mainstream-Medien spricht. Das, wovon niemand, der heute normalerweise irgendein Geschichtsbuch veröffentlicht, davon spricht. Sondern sie trauen sich da nicht, von zu sprechen. Weil die Jesuiten sind nichts weiter als eine riesige Geheimorganisation. Ich hatte heute, als ich meine Weine ausgeliefert hatte, kurz im Radio eine Sendung gehört von Tom Fress, Ende Juni 2010, wo er anfing, das Wort Cold World Babylon zu lesen. Das ich ja im Augenblick mit Brett auch lese, auf meinem Kanal. Und ich wollte die Lesung von Tom Fress nicht anhören, am Anfang, weil ich dachte, ja, ich will ja nicht das wiedergeben, was er wiedergibt. Ich will ja meine eigene Lesung machen, meine eigenen Kommentare auf das Gelesene in dem Buch geben und nicht Tom Fress sein Papagei spielen. Aber er hat heute eine Sache erwähnt, die ich so wichtig finde, dass man sie ruhig mal eben hier auch in dieser Lesung erwähnen kann. Ihr erinnert euch alle, nehme ich mal an, ich muss mal eben hier ein Bild suchen, ihr erinnert euch doch alle an JFK, John Fitzgerald Kennedy, den Präsidenten der Vereinigten Staaten aus den 60er Jahren, den sie damals in Dallas erschossen hatten. Und wir wissen ja alle, dass JFK hier im Bild jetzt ein Katholik war. Er war der erste katholische Präsident. Und viele Leute meinen, dass sie wissen, warum er umgebracht wurde. Nämlich er hatte ja diesen Vortrag, diese Sprache gehalten über die Geheimorganisation. Irgendwann im Laufe des Jahres 1963, also kurz bevor er ermordet wurde, hatte er die Geheimorganisation angeprangert. Und ich habe auch immer darauf hingewiesen, dass wenn JFK da spricht im Englischen von einer Monolithic Society, dann habe ich immer darauf hingewiesen, dass er mit der Monolithic Conspiracy die Jesuiten meint. Aber ich bin da nie so in die Tiefe gegangen, weil ich habe die Etymologie des Wortes Monolithic im Englischen habe ich mir nie angeschaut. Und Tom Fress hat mich heute in seiner Sendung darauf aufmerksam gemacht, die er also vor knapp acht Jahren gehalten hat, dass JFK sehr wohl wusste, was er mit Monolithic Conspiracy meint. Eine Conspiracy, eine Verschwörung ist ja immer, wenn mindestens zwei Personen oder Gruppen sich zusammentun, um gegen eine andere Gruppe im Geheimen irgendetwas vorzubereiten. Das nennt man eine Verschwörung. Monolithic ist aber, wie der Name schon sagt, Mono-Einzeln. Wie kann es denn, bitte schön, und das hat er gesagt, das ist im Grunde ein Oxymoron, was JFK da gebraucht hat. Monolithic Conspiracy, das sind zwei Wörter, die sich gegenseitig ausschließen. Etwas kann nicht monolithic sein, also einzigartig, von einer Person ausgehend, und auf der anderen Seite eine Verschwörung sein, wobei bei einer Verschwörung immer mindestens zwei Personen nötig sind. Das ist ein, wie man sagt, Oxymoron, also eine sich ausschließende Aussage, selbst ausschließende Aussage. Kann es nicht geben, aber, und das ist der Punkt, den er gemacht hat, und den habe ich bis jetzt nie gemacht, und deswegen möchte ich das gerne so wiedergeben, wie Tom Fressler es gesagt hat. Wir haben ja gelernt, dass in der Gesellschaft Jesu, jeder, der in die Gesellschaft Jesu eintritt, durch die spirituellen Übungen, also die geistigen Übungen, dermaßen Gehirn gewaschen wird, dass er sein eigenes Gehirn vollständig aufgibt, sein eigenes Gewissen vollständig aufgibt, und sich 100% der Autorität seines Vorgesetzten unterstellt. Jeder in der Sozietät Jesu macht das, vom kleinsten Mitglied bis zum höchsten Mitglied. Das heißt, und das hatten wir auch schon gelernt, dass die Gedanken und die Ideen und die Taten des Generals sich widerspiegeln in jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft. Der General handelt, und die ganze Gesellschaft handelt wie er. Der General ist die Gesellschaft Jesu. Und deswegen wusste JFK ganz genau, wenn er über die Jesuiten spricht, die ja eine Mehrzahl sind, aber wenn er von einer Monolithic Conspiracy Verschwörung spricht, dass er ganz genau wusste, dass die Ideen, die Befehle, die Taten und die Pläne des Generals der Jesuiten genau das ist, was jeder einzelne ihm unterstellte Jesuit auch denkt, tut und ausführt, weil er nicht für sich selbst denkt, weil er 100% von seinem Vorgesetzten, Superior, abhängig ist. Und das fand ich eine wunderbare Erklärung. Ich kann das jetzt natürlich nicht so gut in Deutsch erklären, wie Tom Fress das da in Englisch erklärt hat, aber ich denke, es dürfte ziemlich deutlich geworden sein. Michael, hast du es verstanden? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, und ich habe im Augenblick ein ganz schönes Bild vor Augen, und zwar ein Bild einer solchen Pyramide, wo dann oben auf der obersten Etage ein Stein ins Rollen gebracht wird, der dann immer auf Etage für Etage nach unten fällt, und jede Etage unten wird immer behaupten, nee, nee, das kommt von einer Etage weiter oben. Und so geht halt einfach dieser, ich will nicht sagen Schneeball, aber so kommt dieser Stein ins Rollen, und das reicht dann, wenn einer den anstößt. Naja, Schneeball ist es nicht. Ich glaube, man kann das eher damit in Verbindung bringen, dass man das mit einer Lawine in Verbindung bringt, die oben einen kleinen Ausgangspunkt hat, und dann alles, was da drunter ist, mit sich mitreißt. Ja, aber es braucht halt nur einen. Ja, ja, es braucht halt nur einen. Also wenn der General da oben irgendetwas sagt, dann geht die ganze Gesellschaft in derselben Richtung mit ihm mit. Und deswegen meinte JFK eine monolithic society. Tom meinte auch den Punkt von, es ist ja merkwürdig, er hat ja diese Rede damals gehalten vor vielen Vertretern der Medien. Warum hat dann kein einziger Medienvertreter gesagt, aber Herr Präsident, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Warum sprechen Sie denn von einer monolithic conspiracy, also einer monolithischen Verschwörung, wo Sie doch wissen, dass das ein Oxymoron ist, dass das zwei sich ausschließende Wörter sind. Sie ist doch ein gebildeter Mensch. Aber niemand hat ihn darauf angesprochen, weil diejenigen, die es gehört haben, entweder es nicht verstanden haben, oder ganz genau wussten, wovon er sprach, genau wie JFK. Der ganz genau wusste, wovon er gesprochen hatte. Der seine Worte in dieser Rede sehr, sehr gut gewählt hat, von der Monolithic Conspiracy. Das fand ich eine sehr schöne Sache, dass ich das heute von Tom so erfahren habe. Es hat mir richtig Spaß gemacht, wieder Tom zuzuhören in den Archiven von First Amendment Radio, wo ich mir jetzt die Lesung davon anhöre. Und das wollte ich euch doch mal eben mitteilen. Ich finde das persönlich eine sehr, sehr gute Sache. Und das ist ja genau das, was wir hier im Grunde jetzt auch mit dieser Lesung hier ja auch lernen, dass hier eben die ganze Gesellschaft, oder besser gesagt, die ganze Gesellschaft, ja, die ganze Gesellschaft so handelt, wie ihr Superior, also ihr Vorgesetzter, es ihr aufträgt. Die ganze Gesellschaft Jesu handelt wie ein Mann, wie eine Person. Und daher ist diese Sprachweise von JFK, Monolithic Conspiracy, eine monolithische Verschwörung, perfekt gewählt, weil er damit genau die Richtigen ausgesprochen hat, ohne den Namen der Jesuiten in den Mund zu nehmen. Aber jeder, der ein wenig Verständnis in der Sache hat und der Sprache gewandt ist, hat es begriffen. Ich habe es bis jetzt auch immer begriffen, nur nicht auf diese Art und Weise. Aber ich habe auch immer gesagt, er spricht hier von den Jesuiten. Und ich habe die Jesuiten auch immer als eine Organisation vorgestellt, und deswegen Monolithic. Aber ich habe das nicht auf die eine Person bezogen. Das hat Tom ganz gut klargemacht. Wolltest du dazu noch etwas sagen, Michael? Ja, ganz kurz nur. Ja, bitte. Abschließend Kommentar. Du kannst es ein bisschen länger machen. Nein, ich möchte ja viel von dem Buch mitkommen. Nein, diese Monolithic Conspiracy stelle ich mir auch so ein bisschen vor, dass es da eben im Gegenteil zu der üblichen Praxis eben nicht zwei oder drei gleichberechtigte Partner sind, sondern einer, der entscheidet. Es ist ja nur ein Monolith. Es ist ja nur einer, der den Stein ins Rollen bringt. Einer, der die anderen Figuren umwirft. Und deswegen ist es für mich halt einfach auch ein Beispiel, was sehr plastisch ist. Ja, und um das Ganze auf den absoluten Nenner zu bringen, dann können wir ganz einfach zu dem Schluss kommen, es ist auch tatsächlich nur einer, der sich verschworen hat gegen viele. Es ist nämlich der Teufel, der sich verschworen hat gegen die Menschheit. und der seine Mitarbeiter auswählt, um diese Verschwörung durchzusetzen. Ich denke, so kann man es noch deutlicher auf den Endpunkt bringen. Okay, aber lesen wir weiter. Solches, sagt der Autor, war der erste Beweis von dem außerordentlichen Einfluss, den die Jesuiten auf den Gang des großen Glaubenskrieges ausübten. Ja, also der Autor spricht hier auch von einem Glaubenskrieg, dem 30-jährigen Krieg. Und ich gehe nun zur zweiten Tatsache über, nämlich zur Katholischmachung und Pazifizierung von Böhmen. Nach der Entscheidungsschlacht am Weißen Berge bei Prag im November 1620, hatte der Herzog Maximilian in einer vorübergehenden Anwandlung von Menschlichkeit den Böhmen gegen unbedingte Unterwerfung, Sicherheit der Person sowie volle Amnestie versprochen. Und die Böhmen verließen sich natürlich auf dieses fürstliche Wort. Tja, da kann ich nur dazu sagen, da lassen sich die Böhmen mit demselben Problem fangen, wie damals Jan Hus auf dem Konzil von Konstanz, wie ihr euch sich erinnert, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Jan Hus wurde auf das römisch-katholische Konzil von Konstanz in 1415 eingeladen. Ihm wurden vom damaligen Kaiser des Römischen Reiches und vom Papst Geleitsicherheit zugesagt und Sicherheit seiner Person. Und einmal da angekommen, haben sie ihn exekutiert und verbrannt. So viel also zu den Versprechen der römisch-katholischen Kirche. Die Jesuiten gab es damals ja noch nicht. Aber die römisch-katholische Kirche, deren Versprechen sollte man auch nicht unbedingt vertrauen. Ja, und ich habe heute in einer Kinderbibel gelesen, oder war es gestern, wo drauf stand, Jan Hus wurde dann von der Kirche verurteilt. Und danach war nur ein Punkt. Verurteilt und exekutiert, ja. Ja, ja. Er sagte, heute schlachtet ihr eine Gans, aber in 100 Jahren wird ein Schwan aufstehen, den werdet ihr nicht zum Schweigen bringen können. Solche Menschen kann man sich heute teilweise gar nicht mehr vorstellen, ne? Aber man kann sich auch solche Leute nicht vorstellen, wie der eine Märtyrer, der, ich weiß nicht mehr welcher das war, aber ich habe das Bild noch vor Augen, weil, als ich das gelesen habe, dann formt man sich ja von solchen Dingen immer irgendein Bild, der auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde und der meinte, seine rechte Hand hätte ihm da irgendwie Unrecht getan und die ganze Zeit seinen Arm ausgestreckt hat und seine Hand ausgestreckt hat, bis die als erstes verbrannt war, ohne ein Wort zu sagen. Das ist geschichtlich so wiedergegeben. So was kann man sich auch nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen, dass man lebendig, bei lebendigem Leibe verbrennt, weil man verbrennt ja nicht, man wird ja gegrillt. Menschen brennen ja nicht. Menschen glauben ja, das ist ja weit verbreiteter Irrtum, dass wenn man Menschen auf dem Grillrost legt, dass der brennt. Ich weiß, worauf du anspielst. Ja, zum Beispiel im Holocaust, da haben sie ja auch solchen Quatsch erzählt, dass die Leichen der sogenannten vergasten Menschen, ob das jetzt Juden oder was weiß ich waren, das spielt ja keine Rolle, die KZs waren ja voll mit sämtlichen vielersorten Häftlinge, dass sie die auf große Grillröster gebracht haben, Benzin drüber gegossen haben und verbrannt haben. Ja, dann haben sie ein großes Grillfest, aber da verbrennen sie keine Menschen mit. Und damals die Leute, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, die ganze Zeit durch das dunkle Zeitalter durch, die oftmals nicht dieselbe Gnade erwiesen wurde, wie zum Beispiel William Tyndale, den sie vor dem Verbrennen auf dem Scheiterhaufen erwirkt hatten, in Willworde, in 1536, sondern die bei lebendigem Leibe verbrannt waren. Ich glaube, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen, was das für eine Qual sein muss, da langsam dem Tod entgegenzusehen. Naja, dafür lese ich dann ja in der Zukunft das Buch, die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Wer das nicht verpassen möchte, sollte halt einen Blick auf meinen Hauptkanal werfen bleiben, wo ich nach der Veröffentlichung der Buchlesung der verborgenen Geschichten der Jesuiten anfangen werde, die Lesung hochzuladen. Und das sind drei Bände von 2000 Seiten. Also macht euch gefasst auf eine ganze Menge Kenntnisse über die Inquisition, wie ihr sie noch nie früher hattet. Viele lesen irgendwelche Gruselromane und irgendwelche Thriller in den besten Listen und dabei ist im wahren Leben das wahre Leben teilweise viel grausamer. Da gebe ich dir vollkommen recht, Michael. Das ist auch etwas, was ich wegen meiner früheren Lesung öfter schon gesagt habe. Die Wahrheit ist viel grausamer, als man sich das in solchen Büchern vorstellen kann. Menschen wurden damals lebendig die Haut abgezogen. Das wurde mit den Waldensern gemacht im Süden von Frankreich und mit den Huguenotten wurde das getan. Lebendig die Haut abzählen. Lebendig die Leute auffählen. Das heißt, den Frauen und den Männern von unten rum einen Stock reinstecken und dann so am Rückgrat entlang, dass da nichts verletzt wird, sondern dass man sie richtig aufspießt. Teilweise wurden diese Spieße dann über Grillfeuer geniegt, und die Menschen wurden lebendig gegrillt, wie ein Spanferkel. Und teilweise hat man sie auch nur aufgestellt, die Pfähle, und hat die Menschen elendig verbluten und verwesen lassen. Das ist ja unter anderem die Geschichte, die dem Bram Stoker Dracula da zugrunde liegt, der Vlad der Fehler. Ja, gut. Das ist dann halt diese Geschichten, die da geschrieben werden, unter anderem von Dracula, das hat ja alles seinen Bezug auf die Wirklichkeit. Es wird nur halt in anderer Form dargestellt. Das ist genau wie die Geschichte von Don Quixote. Ja, genau. Don Quixote widerspiegelt ja in Wirklichkeit Ignatius von Loyola. Und das wissen aber nur wenige, die eingeweiht sind und die die Sache studieren, die das kennen. Das ist mit Dracula ganz genau dasselbe. Da wird auch viel Geschichte dahinter stecken, die uns so gar nicht bewusst ist. Gut, aber fahren wir fort. Doch den Jesuiten war solche Zusage eine äußerst verhasste. Denn es dürstete sie nach dem Blut der ketzerischen Rädelsführer, durch welche sie vor zwei Jahren aus Böhmen verjagt worden waren. Und sie lagen daher dem Kaiser Ferdinand beständig in den Ohren, er solle sich nichts um das besagte maximilianische Wort kümmern. Lange widerstand Ferdinand, denn er mochte den Mann, der ihn Böhmen wiedererobert und den Aufstand in den übrigen österreichischen Landen niedergeschlagen hatte, doch nicht so ohne weiteres gröblich beleidigen. Allein endlich wurde er doch wankend und berief anfangs Juni 1621 eine geheime geistliche Ratssitzung zusammen, um einen endgültigen Entschluss zu fassen. Die Wortführer in dieser Sitzung waren die beiden kaiserlichen Beichtväter, die Jesuitenpatris Johann Weingartner und Martin Bekanus. Auch hier fahren wir kurz in eine Fußnote rein, in der wir lesen, Bekanus hieß eigentlich van den Beek und war ums Jahr 1561 im Flecken Hilveren im Belgischen geboren, also in Flandern. In den Jesuitenorten trat er anno 1583 und fünf Jahre darauf fungierte er schon als Professor der Theologie in Köln. In gleicher Eigenschaft kam er anno 1613 nach Wien und sieben Jahre später nahm ihn der Kaiser Ferdinand zu seinem zweiten Beichtvater, weil der Pater Weingartner indessen sehr alt geworden war. Sehr lange jedoch diesen wichtigen Posten zu versehen, verlieh ihm die Vorsehung nicht, denn er starb schon im Januar 1624. Und der Satz fährt dann fort, so wie noch vier andere Ordensmitglieder, unter denen sich Direktor des Wiener Kollegiums Wilhelm Lamormain und hier wieder gehen wir in eine Fußnote rein, besonders auszeichnete. In der Fußnote lesen wir hier, Wilhelm Lamormain, oder besser gesagt, Lämmermann, erblickte ums Jahr 1570 zu Ardouin im Luxemburgischen Das Licht der Welt und trat schon sehr jung in den Orden. Im Übrigen war seine Karriere fast ganz dieselbe wie die des Dekan. Nur rückte er vom Professor der Theologie zum Rektor des Kollegiums zu Grätz vor und wurde auf den Wunsch Ferdinands des Zweiten, als dieser nach Wien übersiedelte, in gleicher Eigenschaft nach Wien versetzt. Ferdinand fühlte sich nämlich ungemein stark zu Lamormain hingezogen, so dass dieser den größten Einfluss auf seine Entschließungen ausübte und eben deswegen war dieser Pater auch sofort nach dem Dekans Tod anno 1624 zum Beichtvater des Kaisers erhoben und wirkte in dieser Eigenschaft bis zu seinem Tode anno 1648, dem Jahr, an dem der erste Dreißigjährige Krieg endete und jetzt lese ich den ganzen Satz nochmal ohne die Fußnoten damit bei, dass wir für besseres Verständnis wieder in die Buchlesung reinkommen. Die Wortführer in dieser Sitzung waren die beiden kaiserlichen Beichtväter, die Jesuiten Patras Johann Weingartner und Martin Beccanus sowie noch vier anderen Ordensmitglieder, unter denen sich der Rektor des Wiener Kollegiums Willem Lamormain oder Lämmermann besonders auszeichnete und den Ausschlag gab der letztere, in dem er mit fester Stimme rief, dass er all das zu vergießende Blut auf sich und sein Gewissen nehme. Er nimmt das also auf sein Gewissen, ist aber ein Jesuit und hat von daher kein Gewissen. So erklärte sich denn der Kaiser bereit, die von den Söhnen Loyolas längst vorbereiteten Todesurteile zu unterzeichnen und begonnen wurde die Tragödie mit der am 21. Juni 1621 vollzogenen Hinmordung von 24 der vornehmsten, reichsten und edelsten unter der böhmischen Nation. Zu derselben Stunde aber, da dieses Blut floss, lag der Mörder Ferdinand vor dem Muttergottes Gebilde zu Maria Zell, wo er gepilgert war auf den Knien und betete als echter Jesuitenzürkling für die Seelen seiner Schlachtopfer. Natürlich übrigens blieb es bei diesem ersten Bluturteil durchaus nicht, sondern es begann nun ein System von Protestantenverfolgung, das man sich schrecklicher, blutiger, grausamer und niederträchtiger gar nicht denken kann. Und der Erfinder dieses Systems war nach dem eigenen Zeugnis der Jesuiten ihr berühmter Mitbruder, der oben genannte Wilhelm Lamormel. Ich will sie nicht weiter ausmalen, jene Gräuel, die nun in den nächsten vier Jahren unter dem Deckmantel der Ketzerbekehrung ausgeübt wurden. Ich will nicht davon sprechen, dass man die sämtlichen Nicht-Katholiken nicht bloß aller Bürgerlichen, sondern auch aller menschlichen Rechte beraubte. Ich will ihre Taten nicht aufzählen, die Taten jener von Ferdinand ernannten sogenannten Reformationskommission, welche aber nichts anderes war, als ein dem spanischen nachgeahmtes Inquisitionstribunal mit derselben barbarischen Härte und derselben unumschränkten Machtvollkommenheit in Brandmarken und Abschneiden von Nasen und Ohren, sowie im Henken, im Köpfen und im Rädern. Ich will selbst jene grässlichen Soldaten hassen, mit Stillschweigen übergehen, welche darin bestanden, dass die Kroaten oder Kürassiere oder Lichtensteine angewiesen wurden, das Volk mit gezogenem Säbel oder mit Hunden und Peitschen in die Messe zu hetzen, die widerspenstigen enge Käfige, wo man weder sitzen noch liegen noch stehen konnte zu werfen und dann an den Weibern und Töchtern so lange die abscheulichsten Gewalttaten auszuüben, als diese ihre Männer und Väter auf den Knien beschworen, den Ketzertum zu entsagen. Das alles und noch vieles andere will ich übergehen, aber meine Schuldigkeit ist's, die Namen derer zu nennen, welche sich bei diesen teuflischen Verfolgungen als Leiter und Schürer am meisten hervortaten und diese sind keine anderen als die Jesuiten Patres Adam Krawarski Andreas Wetsch Leonard Oppel Kaspar Hillebrandt Georg Fernus Ferus Ferdinand Holowrat Friedrich Briebel und Matthias Dierius Welche grässlichen Folgen übrigens diese entsetzliche Schreckensherrschaft für das unglückliche Böhmen hatte, das gibt der Jesuit Baldmann, der Geschichtsschreiber jenes Landes und der Augenzeuge der Gräuel selbst zu, wenn er sagt, Zitat Es sei wirklich zum Erstaunen, dass nach allem, was dort geschehen, überhaupt noch Einwohner sich vorfänden, Ende Zitat Dagegen steht aber auch die Tatsache fest, Zitat Die noch vorhandenen Einwohner des verwüsteten Landes bekannten sich sämtlich zum Katholizismus und der evangelische Glaube war gründlich ausgerottet, Ende Zitat Das bringt natürlich bei mir Erinnerungen auf an, wenn ich oft das Buch zitiere, das ich noch nicht gelesen habe, gibt es auch nur in Englisch, Convert or Die von dem Autor Edmond Paris, der ja auch die verborgene Geschichte der Jesuiten geschrieben hat, Konvertiere oder stirb, wo es um die unglaublichen Gräuel im Zweiten Weltkrieg in dem unabhängigen Staat Kroatien ging, das ja ein Satellitenstaat von Nazi-Deutschland und dem faschistischen Italien war und in dem die Ustascher mit ihren Franziskanermönchen unter Stepinac es geschafft haben, mehr als eine halbe Million Menschen zum römisch-katholischen Katholizismus zu bekehren unter dem Motto Konvertiere oder Stirb und auch erinnert mich das an eine Sache, die ich eigentlich schon längst mal ins Deutsch übersetzt haben wollte, was mir aber bis jetzt noch nicht geglückt ist und zwar geht es da um ein um ein Geständnis, dass den Protestanten im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts in Ungarn abgezwungen wurde, um sich zu bekehren zum römischen Katholizismus, entweder das zu tun oder zu sterben und die 21 Punkte, die sie in diesem Glaubensbekenntnis aufsagen müssen, mit dem sie sich zur römisch- katholischen Kirche dann bekennen. Alles, was ich hier lese, bringt in mir diese Erinnerung immer wieder hoch. Und ganz ehrlich, wenn ihr wirklich mal die Geschichte der Märtyrer lesen wollt, dann kann ich euch nur, wenn ihr Englisch könnt, das Buch Acts and Monuments empfehlen, im Englischen, das ist von John Fox, mehr bekannt als Fox's Book of Martyrs, ein monumentales Werk, das auch über die Inquisition handelt und wo deutlich beschrieben steht, wie die Leute im Detail gefoltert und getötet wurden. Ihr müsst ja verstehen, wenn man vor einem Inquisitionstribunal stand, dann wusste man nicht, wessen man angeklagt wird, durch wen man angeklagt wird, man hatte auch keinen Grund oder keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, man hatte keinen Anwalt, man konnte nichts zu seiner Verteidigung sagen. Und selbst wenn man sich am Ende nach der ganzen Qual der Folter bekehrt hat zum römischen Katholizismus, wurde man noch umgebracht, um keine Scheingläubigen sozusagen zu behalten. So, war die römisch-katholische Kirche und so, tut mir leid, das in aller Öffentlichkeit so sagen zu müssen, ist sie auch noch heute. Möchtest du was kommentieren, Michael? Mir ist eben nur eingefallen, dass du, glaube ich, mal gesagt hattest, dass dieses Foxes Book of Murders mal Gegenstand des Religionsunterrichts in England gewesen ist. In England und in den Vereinigten Staaten von Amerika, ja, im Religionsunterricht und das wurde auch teilweise in Kirchen gelesen oder anbefohlen zu lesen, um die Leute eben darüber zu informieren, wie die römisch-katholische Kirche mit Protestanten umgegangen ist durch die ganze Zeit des dunklen Mittelalters, ja. Das habe ich sicher mal erwähnt, ja. Aber fahren wir fort. Als dritten Beleg für den außerordentlichen Einfluss der Jesuiten auf den Gang des großen Glaubenkampfes in Deutschland muss ich bezeichnen die Ausrottung des Protestantismus in Schlesien und als vierten die Ermordung des großen Friedländers, des kaiserlichen Generalissimus. Das aufständische Schlesien hatte sich Kaiser Ferdinand im Jahre 1621 wieder unterworfen, aber nicht durch Waffengewalt, sondern durch einen feierlichen Vertrag, welcher den Schlesiern Generalpardon für ihre Teilnahme am böhmischen Aufstand und die Bestätigung aller ihrer Rechte und Privilegien, also namentlich auch der Religionsfreiheit, sicherte. Dieser Vertrag wurde vom Kaiser selbst am 17. Juli 1621 mittels offenen Patents in ganz Schlesien bekannt gemacht und keiner der da selbst Wohnenden hielt es für möglich, dass ein Fürst und Kaiser ehr- und schamlos genug sein könnte, einen solch Schwur zu brechen. Solch sollenen Schwur, also sollenen das Wort kenne ich nicht. Ich auch nicht. Auf jeden Fall einen solchen Schwur zu brechen. Aber Ferdinand der Zweite war ein Schüler der Jesuiten und die Patris Martin Bekanos und Wilhelm Lamormain wussten, wie man sein Gewissen zu beruhigen habe. Somit begann schon im nächsten Jahre ein systematisches Verfolgungssystem gegen die Protestanten und als diese sich nicht so gleich fügten, griff man ganz zu denselben Mitteln, mit denen man in Böhmen zum Ziel gelangt war. Ausrottung der Ketzer war die Losung, welche die Söhne des heiligen Ignatius von Morgen bis zum Abend predigten und die Lichtensteiner nebst anderen entmenschten Kriegern dienten dabei als Seligmacher. Wie grenzenlos grausam aber diese verführen, das geht am besten daraus hervor, dass selbst ein Jesuit, der Pater Herrlich in Glo Gau, deren schaudervolle Taten nicht mehr länger mit ansehen konnte und daher bei Pater Lamomain in Wien ihre Abführung beantragte. Doch genug hiervon. Auch Schlesien wurde durch die Jesuiten dem Katholizismus wieder gewonnen. Was lag also daran, dass es dabei die Hälfte seiner Einwohnerschaft verlor und in das bitterste Elend herabsank? Ich komme nun auf den vierten Beleg zu sprechen. Auf die Ermordung Albrecht Wenzels von Wallenstein, Herzogs zu Friedland, Mecklenburg und Sagan, offenbar des größten Feldherrn unter allen, welcher in diesem Kriege die katholischen Heere befähigte. Ihn hatten die Jesuiten dazu ausersehen, dass er das Haus Habsburg zum Alleinherrschenden in Europa und den Kaiser Ferdinand II. zum unumschränkten Regenten der Deutschen Reiche mache. Denn nie und nimmer ließen die Söhne Loyolas ihr großes Ziel der Universalmonarchie auch nur einen Augenblick lang aus den Augen. Ja, die Universalmonarchie, da muss ich doch mal eben einen Kommentar geben für die Leute, die vielleicht noch nicht jede Lesung dieser Buchlesung verfolgt haben, auch wenn sie selber schuld sind. Aber Universalmonarchie ist ja im Grunde gar nichts anderes als das, was uns heute als so genannte neue Weltordnung verkauft wird. Das müssen wir uns immer vor Augen führen, wenn wir hier in einem Buch aus dem 19. Jahrhundert Worte lesen wie Universalmonarchie. Was ist denn ein anderes Wort für Universal? Katholisch. Die Worte katholisch und universal sind beliebig auswechselbar. Sie bedeuten absolut dasselbe. Universal ist katholisch. Und die sogenannte neue Weltordnung ist nichts anderes als die alte Weltordnung wiederhergestellt, wodurch die Arbeit der Jesuiten dafür gesorgt wird, dass die ganze Welt untertan des römischen Pontiff ist. Genau so wie es Papst Bonifatius VIII 1302 in seiner Bulle Unam Sanktam erklärt hat. Es ist absolut notwendig für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Ein einziger Herrscher über die ganze Welt. Das ist die Universalmonarchie, die katholische Monarchie, das Ziel der Söhne Loyolas, dieser Orden wurde nur zu dem Ziel errichtet, um neben die Protestanten zu vernichten, dafür zu sorgen, dass der Papst der unangefochtene Herrscher über die ganze Welt wird. und und der Papst der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden ist, wie er selbst sagt, das ist die offizielle Lehre, aber wir wissen aus der geheimen Lehre, dass er nicht der Stellvertreter unseres Erlösers ist, sondern dass er der Stellvertreter des Teufels ist, ist er dann derjenige, der anstelle des Teufels die Welt regiert. Und er tut das, was Jesus Christus in Matthäus Kapitel drei Mal hat der Teufel ihn versucht zu verführen und gesagt, am Schluss, als er oben auf den Bergen stand, diese ganzen Königreiche, dieses alles will ich dir geben, wenn du nur niederkniest und mich anbetest. Jesus Christus hat geantwortet, weiche von mir Satan, denn es steht geschrieben, nur deinem Vater im Himmel sollst du dienen und ihn allein sollst du anbeten. Jesus Christus hat das Reich nicht von dieser Erde war, aber der Papst oder das Papsttum, die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, gegründet durch Simon Magus, Simon den Zauberer aus Apostelgeschichte Kapitel 8, der hat es angenommen und tut es heute noch und ist dabei, seine Universalmonarchie uns allen, nämlich auf der ganzen Erde aufzudrücken. Universalmonarchie ist im Grunde neue Weltordnung aus dem 19. Jahrhundert. Ich glaube, so kann man das am besten verstehen. Wolltest du dazu noch einen Kommentar geben? Du hast eigentlich schon alles gesagt, aber dieser Matthäus Kapitel 4 Vers 8 ist einfach ein absoluter Lieblingsvers, weil Jesus eben da nicht in Frage gestellt, dass der Teufel der Herrscher über alle Königreiche und alle Herrlichkeit ist. Und da sind mir damals beim Durchlesen dieses Kapitels sind mir damals die Augen aufgegangen, weil ich gedacht habe, Moment, er hat es ja gar nicht verneint. Nein, der Teufel hat die Macht bekommen über diese Erde. Und zu dem, ach, da gibt es so viel zu sagen, aber ich würde lieber weiterlesen. Ja, gerne, können wir auch machen, aber ich hatte so den Eindruck, dass du vielleicht noch einen Kommentar hast. Ja, da waren so viele Sachen dabei, die ich in den letzten Tagen auch wieder gelesen habe, das ist echt so ein unerschöpfliches Thema. Ich glaube, da muss ich 100 Jahre für werden. Naja, dem spricht ja nichts entgegen, kannst du ja ruhig. Aber gut, lesen wir weiter. Okay? Also, die Universalmonarchie ist, denke ich, jetzt hoffe ich zumindest jedem deutlich geworden, um was es dabei geht. Ja, wenn wir eben hier ein anderes Bild reinmachen und dann lesen wir weiter. Er, der Friedländer, war aber auch der Mann dazu und zwar nicht bloß seiner großen, Feldherrentalente wegen, sondern noch mehr, weil er in ihrem Kollegium zu Olmütz entzogen worden war und geistig vollkommen mit ihnen überein zu stimmen schien. Auch kamen beide Teile längere Zeit ganz gut miteinander aus und wenn zum Beispiel der Friedländer die Verleihung der Herzogtümer Sargan und Mecklenburg ganz allein oder wenigstens hauptsächlich der Fürsprache des Paters Lamormain des einflussreichsten Mannes im Kaiserlichen Hofe und faktischen Premierministers verdankte, so setzte dagegen Wallenstein sowohl ihm als seine Mitbrüder gar fleißig mit Handsalbe, das ist mit reichen Präsenten zu und verschaffte dem Orden Jesu in den von seinen Truppen besetzten bisher protestantischen Reichslanden einen festen Grund und Boden. Wie jedoch Wallenstein später in der Zeit der ärgsten Not zum Generalissimus mit völlig absoluter Diktatur ernannt wurde und von dieser Diktatur einen so unumschränkten Gebrauch machte, dass nicht bloß das Heer, sondern auch der Hof sich ganz nach seinem Willen richten musste, da bemächtigte sich des kaiserlichen Beichtvaters und seiner Ordensbrüder ein furchtbarer Ingrim, denn bisher waren sie es gewesen, die ganz allein den Kaiser nebst dem Staatsschiff gelenkt hatten. Ja, dieser Grimm steigerte sich zur Wut, wenn sie bedachten, dass der Friedländer eigentlich auf ihren Schultern zu der schwindelnden Höhe, auf der er jetzt stand, emporgestiegen war. Und darum beschlossen sie auch sogleich, nachdem sie sich überzeugt, dass sie ihn nicht mehr als ihr Werkzeug benutzen könnten, seinen Untergang. Ja, Wallenstein ist auch mir ein bekannter Name, aber mit der Geschichte sollte man sich auch mit Tiefkinder beschäftigen, unter diesem Aspekt, den wir hier gerade gelesen haben. Ist Wallenstein nicht ein Werk von Goethe oder so? Also ich kenne jetzt sogar eine Popgruppe aus Nordrhein-Westfalen, die so heißt, die war in den 80ern. Da spreche ich natürlich nicht von. Nein, nein, aber ich meine, das ist doch ein Werk von Goethe oder Schiller oder so Wallenstein. Oder Wagner, ich werde mich schlau machen. Ja, oder Wagner oder so was in der Richtung. Ja, ja. Kommt mir das von daher bekannt vor. Und das sollte man dann auch vielleicht mal durch diese jesuitisch getränkten Augen, also geschulten Schiller. Schiller. War es Schiller? Ja. Ja, ich sagte Goethe oder Schiller, ich meine, einer von den beiden war es, ja. Ja. Ähm, okay, ich kann dir mal ein bisschen weiterlesen, dann kannst du ja eventuell sehen, ob du in der Zwischenzeit irgendwas Interessantes über Wallenstein da rausfindest, was du jetzt gerade dir rausgesucht hast, was hierzu beitragen könnte, zum besseren Verständnis. Auch blieb dies dem Friedländer, fährt der Autor fort, keineswegs verborgen und er sprach sich daher oft und viel gegen seine nächsten Vertrauten dahinaus, dass er die Jesuiten von Grund des Herzens hasse und sie, sobald als nur immer tunlich, für immer aus dem Reiche jagen möchte. Allein die Söhne Loyolas kamen ihm zuvor und im Verein mit Maximilian von Bayern und seinen anderen Feinden gelang es ihnen, den Kaiser Ferdinand zu überreden, dass nun, zu Anfang des Jahres 1634, die Zeit gekommen sei, wo man des lästigen Diktators nicht mehr bedürfe. An der bloßen Absetzung, der bloßen Entfernung des verhassten Mannes genügte es ihnen aber nicht, sondern sie wollten, weil sie ihn fürchten gelernt hatten, seinen Tod, sein gänzliches Abtreten vom Schauplatz dieser Welt und somit überredeten sie mittels des Vaters Lamomain den Kaiser ohne allzu viel Mühe zur Unterzeichnung der bekannten Blutbefehle, welche am 24. Februar 1634 in Eger vollzogen wurden. Über dem waren sie es, welche sich zu Postboten und Postreitern gebrauchen ließen und mit den verräterischen Feldabschriften des Friedländers besonders am dem Gallas, dem Butler und dem Piccolomini zu unterhandeln und in ihrem Kollegium zu Prag wurden, wie von Zeitgenossen ausdrücklich bezeugt ist, von den Vollstreckern des Bluturteils die entscheidenden Beratungen gepflogen. Der fünfte Beleg des außerordentlichen Einflusses der Jesuiten auf den Gang des großen Glaubenskampfes in Deutschland liegt in dem berüchtigten Restitutionsedikt, dessen Verfasser sie waren und welches Kaiser Ferdinand II. rein bloß auf ihren Rat und durch ihre Einflüsterungen getrieben hatte, am 6. März 1629, als eben das Kriegsglück ihn auf den Zenit seiner Macht gestellt hatte, erließ. Seinem Wortlaute nach sollten die Protestanten gehalten sein, alle seit dem Passauer Vertrage von 1552 an sich gezogenen Klöster, Stifte, Bistümer und Kirchengüter herauszugeben, um sie den rechtmäßigen früheren katholischen Besitzern zu restituieren, also zurückzugeben. Und es jubelte deshalb am Anfang die gesamte katholische Priesterschaft, die Bischöfe und Erzbischöfe Deutschlands sowie den Papst an der Spitze unendlich darüber. Allein nur im Anfang, denn nach wenigen Jahren schon stellte sich heraus, wie das Edikt eigentlich gemeint sei. Es stellte sich heraus, dass Kaiser Ferdinand, welcher sich von Anfang an die freie und alleinige Verfügung über jene Kirchengüter vorbehielt, keineswegs gesonnen war, die besagten Güter den früheren Besitzern zurückzugeben, sondern dass er sie vielmehr zu seinem Nutze und zur Vergrößerung seiner Macht behalten wollte und auch größtenteils faktisch behielt. Auch hier tauchen wir noch mal kurz in eine Fußnote ein, in der wir lesen, dass Antichrist Papst Urban VIII beklagte sich deshalb auch anno 1632 auf Heftigste darüber und erwiderte dem Jesuiten Kardinal Peter Passmann, welchen Ferdinand an ihn gesandt hatte, ganz ungeschminkt, Zitat, die großen Vorteile, welche damals die Schweden errungen hätten, seien unbezweifelt nur eine göttliche Strafe dafür, dass sie den Protestanten abgenommenen Kirchengütern nicht der Kirche überantwortet, sondern von der Staatsgewalt für sich selber zurückbehalten worden seien. Ende, Zitat. Ja, die Schweden waren im Dreißigjährigen Krieg damals sehr stark involviert und haben in Deutschland viel Protestanten niedergemetzelt. Obwohl sie selbst protestantisch waren, aber der König zu der Zeit war das nicht. Aber das ist wieder andere Geschichte. Es stellte sich heraus, fährt der Autor vor, dass die Söhne Loyolas jenes Edikt nur deshalb fabriziert hatten, um in allen den Territorien, welche die Protestanten herausgeben sollten, sich selbst festzusetzen, um überall in jenen Bezirken den seit 552 eingeführten evangelischen Glauben mit Gewalt austreiben und ihren Orden auf diese Weise eroberten Kirchen nebst dem, was daran hing, einzuräumen. Deswegen fehlten auch die Söhne Loyolas nie und nirgends, wo eine kaiserliche Kriegsschar in eine eroberte Stadt einzog, denn sie wussten doch jene ohnehin schon entmenschten Horden zu noch größerem Eifer, für Gottes Ehre ihre Lanzen einzulegen und das heißt zu noch scheußlicheren Gräueltaten gegen die Protestanten Inflammieren. Sie mussten überall, wohin das kaiserliche oder linguistische Banner Vordrang mit Hilfe der entfesselten Soldateska dieselben Szenen aufführen oder wenigstens aufzuführen suchen wie in Böhmen und Schlesien zu Anfang des Krieges. So ermahnte zum Beispiel der Pater Lorenz Vorher, Professor an der Jesuitenschule zu Dillingen, die Befehlshaber der kaiserlichen Heere mit den Worten Estote Verwendes, das ist, ihr werdet nicht matt in eurem Eifer, sondern senket und brennet, dass die Engel die Füße zu sich ziehen und die Sterne zu schmelzen beginnen. So ermordete der Pater La Mournay bei der Eroberung der Stadt Delnitz durch die Kaiserlichen drei protestantische Geistliche mit eigener Hand und er teilte einem Kroaten als derselbe einem Kinde, das er an den Füßen hielt, an einer Mauer den Kopf zerschmetterte, zum Lohn für dieselbe Tat auf der Stelle Absolution für alle seine Sünden. So stellten sich die Patras Jeremias Drevel Franz Duboison eine merkwürdige Verbindung hier von Deutsch und Französisch mit Umlaut und Ui Duboison Ignaz Plachy und nebst noch vielen anderen ihrer Brüder oft und viel selbst an die Spitze der Bataillone und in der Schlacht bei Breitenfeld in welcher Gustav Adolf den Tillie aufs Haupt schlug fand man sogar einige der Loyoliten unter den Toten. So zogen in Kaufbeuren wie auch noch in vielen anderen schwäbischen Reichsstädten ihrer Neuen oder Zehne neben den kaiserlichen Besatzungstruppen einher schreitend ein und zwangen anno 1630 alle Protestanten entweder auszuwandern oder katholisch zu werden. Von welcher Alternative sie selbst bei todkranken Greisen wie zum Beispiel bei den 70-jährigen Bürgermeister Lauber keine Ausnahme gestatteten. So kam ebenfalls im Jahre 1630 der Pater Lamormain oder Lemmermann wie wir ihn auch kennen in Person nach Augsburg um in Verbindung mit dem Rektor des dortigen Jesuiten Kollegiums Konrad Reising das Restitutionsedikt zu vollziehen und mit Hilfe der mitgebrachten Soldaten waren bald alle protestantischen Kirchen und Schulen entweder geschlossen oder niedergelissen. Diejenigen Einwohner aber die dessen ungeachtet protestantisch bleiben wollten trieb man mit der Peitsche in die Messe und gestattete ihnen selbst das Auswandern nicht außer wenn sie ihr Vermögen zurückließen. Zitat Da ging's schreibt ein Chronist aus jener Zeit also im ganzen Reich was die Jesuiten wollten das befahl der Kaiser das urgierte der Spanier das probierte der Bayer das insinuierten die Kommissäre das requiierten die Soldaten und es ist nicht genugsam zu beschreiben wie jämmerlich und schrecklich es hergangen mit Morden Rauben und Brennen Ende Zitat Hergangen heißt einhergegangen würden wir das heute lesen Als sechster und letzter Beleg des jesuitischen Einflusses auf den Gang des Dreißigjährigen Krieges sind noch anzuführen die fast außerordentlichen Bemühungen der Sohne Loyolas das Zustandekommen einer jeglichen Verständigung schon von vornherein zu verhindern denn Frieden wollte um keinen Preis werden solange noch ein Protestant existierte Schon im Jahre 1632 suchte Kardinal Richelieu den Frieden zustande zu bringen und zwar auf eine Weise welche dem Verstande dieses großen Staatsmannes alle Ehre macht Die meisten Menschen kennen Richelieu von den drei Musketieren war auch ein Jesuit eben bemerkt Damals war nämlich Ferdinand der Zweite durch die Siege Gustav Adolfs plötzlich von seiner stolzen Höhe in die tiefste Not herabgeschleudert worden und es schien zweifellos dass das Haus Habsburg von dem tapferen Schweden Könige und seinen protestantischen Alliierten schon nach kurzem Kriege zu einem recht demütigen Frieden würde gezwungen werden falls nur Maximilian der Erste sich entschließen konnte sich mit seiner Liga neutral zu verhalten Dadurch wäre Bayern vom Kriege ganz verschont geblieben und hätte sich zu einer Mittelmacht emporgeschwungen welche bedeutend genug gewesen wäre um den Ton in Deutschland anzugeben also Vorteile genug dass ein kluger Regent mit beiden Händen danach gegriffen haben würde auch bot der französische Gesandte Scharnasse all seine Beretsamkeit auf um den Mittelsbacher zu überreden und der zu München versammelte landständische Ausschuss unterstützte ihn hierin aus allen Kräften allein was wäre aus den Jesuiten und ihren Plänen von einer Habsburgischen Universalmonarchie geworden wenn Maximilian auf diesen Vorschlag eingegangen sein würde darum regten sie sich auch nun mit aller Kraft und Adam Gonzen der Beichtvater Maximilians stellte diesem Himmel und Hölle vor um ihn von einem so verderblichen Plane abzubringen gehen wir nochmal kurz in die Fußnote rein über den Adam Gonzen da steht Pater Gonzen geboren anno 1575 in das kann ich nicht lesen Mont Mongione oder so im Herzogtum Jülich trat anno 1595 also als 20-Jähriger in den Jesuitenorden und wurde anno 1617 aus einem Professor der Theologie am Kollegium zu Mainz Beichtvater des Bischofs Johann Gottfried von Würzburg nach dem Tod des Johannes Buslidius von dem hatten wir ja vorher schon mal gehört aber anno 1623 rückte er zum Beichtvater des Kurfürsten Maximilian des Ersten vor und blieb in dieser einflussreichen Stellung bis zu seinem Tode im Jahre 1635 nebenbei bemerke ich noch dass Buslidius 28 Jahre lang Maximilians Gewissensrat gewesen war und ich muss noch mal eine Sache recht setzen ich hatte vorhin gesagt dass die Schweden auf der Seite der Katholiken gekämpft hatten das ist nicht richtig im 30 jährigen Krieg kämpften die auf der Seite der Protestanten aber Dänemark war glaube ich auf der katholischen Seite da gibt es viele norddeutsche Geschichte die ich mit Schleswig-Holstein auch nicht mehr so gut kenne also nehmt mal das von mir zurück die Schweden hatten damals die Protestanten in Deutschland unterstützt ohne die wäre es wohl wahrscheinlich ganz zum Ende gegangen aber später wurde Schweden von einem Katholiken regiert aber das war in einem späteren Zeitpunkt das war glaube ich Ende des 17 oder Anfang des 18. Jahrhunderts fahren wir noch mal eben fort wir haben hier den Satz zu Ende gebracht ich habe den ja auch ganz gelesen ohne die Fußnote jetzt haben wir halt den Pater Konzen besser kennengelernt wissen wo der her kommt und erfahren hier weiterhin das R und da sprechen wir ja über den Adam Konzen und natürlich bliesen die übrigen am Hofe zu München ab und zurück gehenden Jesuiten ganz in dasselbe Hörnlein meinte unter anderem der Kurfürst würde wenn er aufhöre in diesen Kriege für den Glauben zu fechten nicht bloß all den bisherigen Ruhm einbüßen sondern auch noch einen unvertilgbaren Schandfleck auf sich laden über dem fragte er ihn ob er der Kurfürst es dann auf sein Gewissen nehmen möchte durch einen Neutralitätsvertrag mit dem Schwedenkönige den Sieg des Ketzertums zu begünstigen und ob er denn noch nicht daran gedacht habe dass er sich dann am Ende sogar zur Duldung der Protestanten in Bayern genötigt sehen würde kurz er wusste seinem erlauchten Beichtkinde einen solchen Schrecken einzujagen dass Maximilian beschloss den Krieg fortzusetzen und sich zum unsäglichen Elend Deutschlands wie auch insbesondere Bayerns noch ferner als eine Vormauer Österreichs gegen das Schwedenkönig Macht brauchen zu lassen so jetzt muss ich mal eben schauen wie weit das hier in diesem Kapitel noch geht wenn wir noch ein paar Seiten haben und die haben wir schnell durch dieses Buch durch zu gehen Michael das wollte ich dir auch noch mal sagen zur Not lese ich einfach nur eine Seite für eine Stunde oder zwei das ist mir sowas von egal wenn es wichtige Dinge gibt die man dabei kommentieren muss und die man dabei erklären muss dann ist mir wurscht wie lange das dauert dann kann diese Buchlesung von mir aus 300 Videos dauern das ist mir vollkommen wurscht mir geht es darum dass die Information rauskommt und nicht dass ich durch diese Seiten durchrase aber trotz all dem was schockendes war was wir heute gelernt und gelesen haben denke ich doch dass wir mit zehn Seiten einen guten Fortschritt gemacht haben und langsam auch zum Ende der jesuitischen Wirkung in Deutschland kommen hast du noch abschließenden Bemerkungen ja ich innerhalb von einer Minute oder zwei machen denn der hat wirklich eine wahnsinnige der hat wirklich eine wahnsinnige Vita die da zumindest im Internet abgebildet ist aber was mir direkt ins Auge gesprungen ist ist folgendes und zwar steht hier im Jahre 16 in der zweiten Hälfte des Jahre 1602 trat Weinstein als Schildknappe in die Dienste des Markgrafen Karl von Burgau auf Schloss Ambras bei Innsbruck blieb ja nicht ganz zwei Jahre und jetzt geht's los In diesen Jahren trat Weinstein zum Katholizismus über was ein nicht ungewöhnlicher und recht häufig praktizierter Vorgang war Wann genau die Konversation stattfand ist unklar Konversation oder Konvertierung Konversion also Konvertierung Ja Quellen sprechen vom Jahr 1602 oder vom Herbst 1606 Im Jahr 1602 soll Weinstein der Legende nach in einer Musestunde am Fenster des Schlosses Ambras gestanden haben und eingeschlafen sein Er stürzte hinunter und überlebte den Sturz ohne jeglichen Schaden Der Historiograf Franz Christoph von Quevenhüller berichtet dass dieses wundersame Ereignis Weinstein zum Übertritt bewogen haben soll weil er glaubte die Jungfrau Maria habe ihn gerettet Für 1602 spricht auch dass er in diesem Jahr der Kirche von Hermannis Spendet hat die zwei Sprüche in tschechischer Sprache trägt und zwar in den katholischen Bibeln aber nicht in der Bibeln der Böhmischen Bruderschaft enthalten waren Zudem ist die Glocke mit Abbildungen der Mutter Gottes und Abbildungen Maria Magdalenas geschmückt Für einen Anhänger des protestantischen Glaubens mit seiner Bilder und Marienfeindlichkeit wären nicht da schon mal sehr interessant dass er dann doch sehr auf diese Marienverehrung gesetzt hat und zum zweiten sollte das tatsächlich so sein dass dieses keine Legende ist sondern er wirklich runtergestürzt wäre wäre das für mich so ein Synonym dafür dass er sich als Feldherr quasi unverwundbar unter Schutz gewähnt fühlte und ich finde es jetzt auch ein bisschen synonym zum Prager Fenstersturz Gute Analyse ja der Prager Fenstersturz hatte ja nun ganz andere Hintergründe da standen ja die Jesuiten hinter aber was aus dem was du vorliest was mir in dem Augenblick direkt deutlich wird ist dem seine Marienverehrung das ist ein deutliches Zeichen dass er die Jesuiten akzeptiert und verehrt weil die Jesuiten haben ja die Marienverehrung überhaupt erst so veneriert in der römisch-katholischen Kirche wie ja noch kein alles ihrer und wenn du dann diese Maria Erscheinungen nimmst die wir zum Beispiel 1917 hatten in Fatima und die Maria Erscheinungen in Lourdes und in Magigorie und wo noch überall die aufgetreten sind das arbeitet natürlich alles für die Agenda der römisch-katholischen Kirche und da stecken die Jesuiten hinter hinter diesen dämonischen Erscheinungen und die Marienverehrung ist von A bis Z also ganz sicher ein deutliches Zeichen dass derjenige der das so auf die Art und Weise tut wie der Wallenstein wie du das gerade hier erklärt hast wohl ganz deutlich mit den Jesuiten liet ist das war etwas was ich eigentlich aus der Lesung auch schon raus verstanden hatte und was ich schön finde dass du das jetzt bestätigen hast können ja das ist halt das erste was mir aufgefallen ist wobei die Quelle halt einfach nur Wikipedia ist Wikipedia muss man immer mit Vorsicht nehmen dass du innerhalb von einer Viertelstunde während ich hier ein Buch lese im Internet eine perfekte Recherche über den Wallenstein anstellen kannst aber ich finde die Zusatzinformation die du uns hier gegeben hast mir und unseren Zuhörern und Zuschauern dieses Videos sehr interessant und da möchte ich dir verdanken Michael und wenn dich das interessiert dann kannst du dich ja für die nächste Lesung da vielleicht noch ein wenig weiter vertiefen und kannst du vielleicht nächstes mal 5 Minuten 10 Minuten eine Viertelstunde einen Vortrag über den Wallenstein und die Hintergründe darüber halten wenn dich das interessiert das wäre ja auch mal ganz interessant okay gut hast du sonst noch eine Schlussbemerkung für das Video heute zu machen ne also das überlasse ich gerne dir ich bedanke mich ich bedanke mich wieder für die für die Auskunft und für die interessanten Bemerkungen die du dann noch über dieses Buch hinaus gemacht hast die mir dann auch das Verständnis dieser altdeutschen Schrift und auch Verständnis von vielen Dingen dann erleichtern als auf jeden Fall viel viel leichter und einprägsamer ist als wenn ich dieses Buch alleine lesen müsste dafür auch nochmal Dankeschön tja mir hilft es ja auch das Buch laut zu lesen und gleichzeitig mich damit zu beschäftigen ich habe ja auch alles was ich heute gelesen habe noch niemals vorher gelesen ich meine es gibt ja viele Leute und das ist ja oftmals auch ratsam die setzen sich hin und lesen ein Buch einmal oder zweimal oder sogar dreimal und dann setzen sich vom Mikrofon und lesen das Buch dann und erklären das dann äh ich habe die Zeit einfach nicht das zwei oder dreimal zu lesen ich habe das alles was ich heute gelesen habe genau wie die anderen Male davor heute zum allerersten Mal gelesen und ich lerne auch jedes Mal dazu auch über die deutsche Geschichte auch über die Jesuiten aber ich finde das vor allen Dingen dass uns das eine im Hinterkopf bleiben sollte für heute ähm was ich erzählt habe über die Inquisition was ich erzählt habe über diese Gräueltaten die nicht nur den deutschen Volke sondern jedem Protestanten weltweit von den Jesuiten unter anderem und in der Inquisition angetan wurden die verschiedenen Möglichkeiten die Leute umzubringen wie ich sie genannt hatte die man in den verschiedenen Büchern über Inquisition auch gerne nachlesen kann äh das fand ich hier auch und ich finde es auch gut im Grunde dass der Griesinger da nicht allzu tief drauf eingegangen ist dass er das nur mehr oder weniger oberflächlich erwähnt hat weil es gibt dafür Autoren die haben sich darauf spezialisiert das niederzuschreiben und das für die Nachwelt geschichtlich zu erhalten und dann sollte man sich die Bücher durchlesen und nicht dieses Griesinger Buch dieses Griesinger Buch hat viele andere wertvolle Inhalte wo wir heute auch wieder einige gelesen hatten wir sind ja schon ziemlich weit in den 30 jährigen Krieg jetzt reingekommen und wir werden da auch noch mehr drüber lesen und das finde ich sehr schön aber der Griesinger hält sich hier an das alte deutsche Sprichwort Schuster bleib bei deinen Leisten er hat sich auf die Geschichte der Jesuiten konzentriert wie auch der Titel seines Buches ist und er schweift nicht ab und versucht nicht uns tiefgründige Recherchen über die Inquisition die Mörder- und Foltermethoden der römisch-katholischen Kirche zu vermitteln sondern er erwähnt sie nur am Rande und das finde ich von dem Autor hier auch absolut in Ordnung ja Michael dann danke ich dir recht herzlich für deine Anwesenheit bei der Lesung und für deine Kommentare und deine beikommenden Untersuchungen auch von dem Wallenstein was du uns da gerade gelehrt und vorgelesen hast und ich hoffe dass du morgen dann auch wieder dabei bist wenn wir uns nochmal zusammen hinsetzen können um die nächste Lesung zu machen von diesem fantastischen Buch von Theodor Griesinger über wie es so schön heißt die vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt 1866 von mir Jörg danke fürs Zuhören fürs Zuschauen und für eure Kommentare danke Michael dass du dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal Maranatha bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020